wahrscheinlich wäre es einfacher durchs unterreich zu fliehen ich meine ja lange rast wäre auch nämlich hier raus aus dem raum kann man ja nicht raus scrollen quasi dass man sagt man will quasi einfach echt jetzt man kann einfach weg porten man kann einfach weg porten ok meinetwegen es ist ja blöd dass wir jetzt die dabei haben da wäre es gar nicht so cooler weil die als tiefling da vielleicht noch ein bisschen mehr sagen könnte kommen wir wollen schnell die anderen beiden wieder das ist ein bisschen nervig dass man die immer endlich wegschicken muss wir haben jetzt ein gründliches auge oder nennen wir es gräulich du bist schon wieder so biestig du kannst gerne zu hause bleiben lassen wir wohl dabei erst haben das eigentlich eine coole sau so manchmal weiß nicht warum aber will ist halt heftig will tut echt weh weiß nicht dass darin mittlerweile gar nicht mehr so schlimm geil mag ich mit am meisten muss ich sagen aber ich meine das darin macht halt auch mega schaden aber irgendwann darfst du wieder mit nehmen wir den hund mit so sie freut sich immer so wegen allem was hat sich denn jetzt auf einmal für eine quest unsere feurige damon hat karlas maschine verbessert aber reparieren konnte also nicht er braucht zeit um sich eine lösung zu überlegen wir sollten ihn in baldos getroh aufsuchen und ein fanatisches eisen ja gut das bringt uns jetzt ja nichts weil wir sind noch weit weg von baldos tor wo ist denn jetzt wir sind hier fertig lager verlassen jetzt hoffe ich nur dass kein kampf kommt weil das kraft just reported the goblin leadership has been decimated ich wollte eigentlich speichern kann ich einfach mittendrin speichern was ist es von uns für uns nicht viel es ist nicht viel aber ihr sowohl es es ist nicht genug aber es ist alles wir haben ich bin nicht mehr dabei ach bei uns ja ja ok wir sehen uns dort also gebe ich sie dir jetzt oder erst wenn es losgeht voll plump man habt ihr ein münchen jetzt im herzen oder wie finden es aus nur zu probiert es aus ok dann im nächsten kampf du musst jetzt mal wieder abkühlen ein flickensack wo ist er denn der flickensack was bist du denn wie er lief jetzt ich dachte wir müssen noch nicht gehen hola lida sagen verkaufen mache ich dann vielleicht mal offline einfach nur weil das ja recht im namen ist du bist wieder da ganz alleine mittlerweile hier mittendrin du bist keine kuh diesmal kriegen wir es hier denn los keine 1 keine 1 keine 1 nein 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 warum komm schon ach Gott sei Dank aber das wussten wir vorher schon irgendwann irgendwann kriege ich es hin ach apropos ist jetzt die eine tante da auf unserer seite oder dürfen wir da jetzt immer noch nicht meinst ich kann mich doch nicht verwandeln meine verwandlungen sind aufgebraucht ich will eigentlich nicht rein platzen ich wollte eigentlich woanders hin ich wollte eigentlich hier zu der ewig feststeckenden tante mit ihrem mit ihren gelähmten beinen aber ich glaube das war hier hinten oder kann die mittlerweile laufen ich meine wir hatten es ja mal versucht zu wir hatten es ja sogar mal geschafft ja hallo panzer ach jetzt ist sie weg ist ja der wahnsinn kann sie jetzt einfach laufen steht sie jetzt irgendwo rum ach ja jetzt kommt da alle jetzt wo ich gleich ausmache da 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 wir sind eh überladen jetzt sind eh überladen immer überladen ja hallo neuro fien jetzt geht es aber los hier jetzt muss ich ja moment jetzt muss ich erst mal hinbekommen wie ging das noch mal so ja hat eine sondereinladung so Einmal an deiner Einladung. Außer die Küss hatten wir. Ich sehe es bei mir nur ganz klein, aber das ist glaube ich, war das Deutschland. Steht das nicht sogar in den Dings? Witzig, es kommt Torchlight, aber er sagt, wird unter anderem der Monorobist gespielt. Aber da sieht man mal die Vielfalt. Wir machen mal das ganze grave Muschel da wieder weg. Ins Lager. Ich meine, wir können es auch schnell verkaufen, aber... Ach ja, Baumwarte ewig überladen. Ah, das letzte Game. Sind die jetzt hier alle weg? Kann ich jetzt hier im Prinzip alles leer räumen? Das klingt nach einem sehr guten Plan. Oder sieht mich jetzt in 5 Kilometer Entfernung jemand? Kein Wunder, dass die hier nichts gepackt bekommen. Die haben das Zeug von Volo gelesen, unserem netten Operateur. Ja gut, dann gucken wir mal, was Karl... Bis jetzt sind die Würfel tatsächlich extrem gnädig zu uns. Ich glaube einmal, zweimal haben wir glaube ich daneben gewürfelt. Ansonsten war es... Du musst weiter gehen. Also dass es dunkel ist, gell, ist schon anstrengend, wenn man so wenig Leben hat. Bis sonst waren uns die Würfel sehr wohlwollend. Das war schon sehr angenehm, muss ich sagen. Krass, wir retten die. Die hantieren ewig miteinander rum, dass sie ja nicht weg wollen und nicht weg können und keine Ahnung. Und dann machen wir den Goblinheim clear. Also nicht ganz, da sind noch ein paar Goblins da. Aber machen ihre Oberhäupte weg und dann... Auf geht's, wir ziehen um. Sind die auch weg oder sind die in ihrem Loch? Das finden wir jetzt raus. Tatsächlich sind die auch weg, krass. Aber sind die jetzt schon weg oder sind die jetzt nur auf dem Weg? Kann ich es nicht nehmen. Doch. Alles meins. Okay. Ähm, 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 ähm. Das ist auch noch ein Buch. So. Ach komm. Was soll's. Ich bin überladen wegen... Na gut, mit uns sind schon schwer, ne? Standspiegel. Lass uns mal schauen. Kann man den mitnehmen? Nein, nein. Nicht schlecht. Ich hab bessere Tage... ... und schwere. Äh, ja. Die Bücher schicken wir mal weg, den Ring brauchen wir auch nicht. Aber die Melonen haben uns jetzt hausgenommen, ne? Krass, die Melonen haben uns wirklich hausgenommen. Die müssten jetzt in dieser Essenskiste sein. Wo ist denn die jetzt hin? Ach ja, ich finde mein Zeug immer. Früher oder später. Das hier brauchen wir eigentlich auch nicht mit Schweineköpfen und so drin. Da ist der Kram. So. Easy. Das müssen wir nur wieder rausfinden, ja. Mist, wo ging's hier raus? Hier, den Deko. So. Genau, durchs Loch. Tja, dann haben wir den Hain wohl gerettet. Aber alle holen ab. Dann können die fünf Ruiden, die hier wohnen, ja alleine bleiben. Okay, dann mal aus dem Weg gehen, bitte. Wow, es ist so schön, mit einer Gruppe zu reisen. Können wir aus dem Weg gehen, bitte. Danke. Dann müssen wir wohl hier das Gebiet klären. Warte, sind wir... Ah ne, ist doch schon so weg. Hallo. Ich bin der Retter der Nation. Beachtet mich. Ich bin auch Duide. Mach die weg. Ich dachte, ich hätte Dir eine gute Lehrerin gewesen. Wahrscheinlich nicht. Seid ihr jetzt noch sauer, wenn ich mir das Ding da mitnehme? Oder ist jetzt eh egal, weil das ist ja jetzt vorbei da mit dem Ritual. Der Vogel ist immer noch da. Gib mir den blöden Schlüssel. Ah, jetzt müsstest Du aber hier begeistert sein, oder? Wir sind frei von den Goblins. Aber die Gruppe ist verändert. Wohntet. Die Tage vorhanden werden nicht einfach. Ich bin glücklich, dass wir Halsin uns haben. Ich nehme den einfach mit. Der kommt in mein Lager und dann chillen wir da unsere Base. Vielleicht sagt er ja wirklich so. Kommt, macht was ihr wollt. Ich werde mit Euch gar nichts mehr zu tun haben. Wie ich sagte, der Tag, dass sie gekommen sind. Aber sie haben dich zur Wahrheit geblindet. Außerirdische bringen nur Chaos. Und was hast Du gebracht? Harmonie? Bedingung? Geht's? Geht's? Geht's und ruhen dabei. Beide so einen dicken Eulenbär und dann abwatschen bis zum bitteren Ende. Ich sehe einfach so gleichgültig aus, so. Ich sehe einfach so gleichgültig aus, so. Na komm, wir reden mal mit dir. was ist, was ihr das? Es war's. I shall listen to the explanation that you owe me. I owe you nothing. Goblins swarmed us like roaches while you stumbled after the past. You chose to abandon us. I chose to protect us. Silence! The rite has been ended. I will allow you to stay, but consider yourself a novice anew. You have forgotten the ways of the Druids, our place in the natural order. You shall learn it all once again, right here. Backslide, and nature's fury will crush you. As you wish, Master Hellsiden. Weißt du, die wollte im Prinzip die ganzen Tieflinge wegmachen, und das einzige Schlimme, was uns einfällt, das ist alles? Was? Sie wollte ein Kind einsperren. Ach ja. Nein, das nehme ich sie gar nicht. Ihr wart zu milde. Weggemacht, das gehört dir, ja. Aber wir sind mal der Druide hier. Und fragen, ob das klug ist. Ja, wenn ich sie schon mal... Sie wissen, was sie in den Shadows bringt. Sie will nicht mehr zurückkommen. Außerdem, es ist keine Zeit, um zu verlieren, ein Promising Druid. Sie werden bald wissen, warum. Aber das ist genug, für jetzt. Ich will Ihnen meine Dank. Die Grove standen. Nature prevails. Das ist ein bisschen schnulzig hier jetzt, ne? Äh, was passiert jetzt? Okay, so wie Astarion, oder so sitzt du mir dann auch im Hals, oder wie läuft das? Ich wusste's. Ich hab dich im Auge. Ich hab immer noch dieses Gift am Start. Ich müsste nur treffen. Den Gegengift einfach mal so. Hier liegt einfach Random Shit rum, den ich noch nicht aufgehoben hab. Jetzt gucken halt doch wieder alle da hoch, ne? Jetzt kann ich das Idoisch schon wieder nicht mitnehmen. Oh, der, die sind voll die Kräuter. Ich warte nur drauf, dass ich irgendwann mal Haltinke lerne, dann geht's ab. Ich guck, wer redet die? Das hat für Diskussion. Hä, warte mal, hab ich mit Tieren sprechen nicht mehr an? Okay, cool. Danke fürs Gespräch. Das war ja mega aufschlussreich. Kann man den Vogel jetzt irgendwie besetzen, maybe? Die Frage ist ja, kriegen wir das überhaupt mit? Hat er jemand beschrieben? Weil man ist halt mitten in der Sichtweite von... Warum sitzt du denn so rum, Junge? Kannst du nicht wieder so ein Ritual machen oder so? Oh, Mann. Okay, hier schreit doch jemand. Als würde hier jemand gefoltert werden oder so. Hm, tja, das ist ja jetzt eine blöde Situation, ne? Da kommt ja alle her und ich wollte eigentlich ausmachen. Das ist jetzt mal ein Dilemma. Da müsste ich ja fast würfeln. Kaputte Laute. Jetzt kann ich nochmal versuchen, hier zu gehen. Ja, verscheuchen wollte ich dich jetzt nicht. Sind die jetzt schon weg, die Tieflinge, oder chillen die noch da vorne? Ah, okay, die sind noch da. Stimmt, ich sage es auch noch mit dem anderen reden bei uns dann. Und Skiricht. Was ist denn da mit Ruhe, hm? Hei, Trank, nehm ich. Was ist das? Mattis, das ist Junge. Wann ist das, dass sie mit uns holen? Ah, das ist ja, Habella. Nein, es ist collectiv... Balders Gate, wir kommen. Oh, du Armer. Stimmt, ich habe die Tante gar nicht gefunden bis jetzt. Irgendwo soll hier irgendwie... Ich weiß noch nicht, wo genau. Aber irgendwo in der Richtung. Sitzt hier einer mit einer Laute. Habe ich irgendwo mal gelesen. Aber ich weiß nicht, wo. Ich bin so oft schon in diesem Heim gewesen und habe alles abgelaufen. Aber ich habe die nicht gefunden. Aber die... kann einem beibringen, wie man... Kram spielt. Und das will ich wissen. Also müssen wir die jetzt suchen. Und wenn das das Letzte ist, was ich heute tue. Irgendwo. Aber dass ich die nicht gefunden habe, ist schon belastend. Wenn sie noch da ist. Wenn es ein Tiefling-Tante ist, dann habe ich ein Problem, weil dann sitzt sie da bestimmt nicht mehr. Oh, hier war ich gar nicht. Wieso bist du nicht bei der Gruppe? Sie ist immer nicht verdächtig. Okay. 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 er hat aber ist er gerollt nein sei nicht weg wo bist du sie ist weg oder war sie hier wäre sie hier gewesen ich glaube ich hier gewesen sieht ziemlich so aus als wäre jemand gewesen nein wir sind zu spät aber hier sind wir sind trotzdem zu spät meine truhe belastend toll trifft man die dann vielleicht noch mal irgendwo oder ist das wieder zur chance gewesen dass sie vielleicht gar nicht hier gewinnen bin ich nur dumm vielleicht weil ich dir heute nicht mal richtig hallo gesagt konnte bisher hunger habe und die oberen beiden so was sind das eigentlich für komische säulen die hier überall rumliegen was nein 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 wieso her mit wem denn harp hier was das ist jetzt nicht so gut vor allem wo haben wir gespeichert hmm kommen wir hier nochmal weg Okay, sie ist raus. Die anderen sind aber noch drin. Och, dein Ernst? Wegen zwei Millimetern? Toll, jetzt reicht es natürlich nicht mehr. Natürlich. Ich weiß nicht, ich habe hier einen Kämpfer, Junge, ich kann aber auch tun. Ich hätte ja nein sagen können. So. Das ist ja witzig. So, sie ist weg. Oh, dich hat sie eingelollt, ja? Okay. 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 Interesting. Okay. 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 ach man hmm ist das schon interessant? Linkman, wer ist next? Jetzt kann ich mir echt die Arme an. Ich meine, das Lied ist voll cool, aber das hat jetzt ein sehr dämliches... Hä, wieso ist die wieder voll? Gerade noch geröstet und schon ist sie wieder voll. Aber Will soll ja jetzt hier nicht alleine sein, ne? Toll, jetzt stirbt der da. Ich wusste jetzt nicht, ob der Kuri das noch weiß, weil sie ja nicht wusste, wann ich da bin. Ich habe ja gedacht, sie machen Will weg und das war's, aber dass sie jetzt auf den Heim gehen, ist doch richtig dumm. Aber den Restlichen Heim lassen sie in Ruhe, oder? Ich muss diese Schmerzen nehmen. Was jetzt? Aber das Lied ist wirklich cool. Ich meine, wir könnten einfach laden, aber das wäre ja mega lame. Aber das tut mir jetzt mehr leid um den Dude, der da ist, weil den kann ich nicht wiederbeleben. Singt die auch noch? Tatsächlich. Nein. Das Belastende ist halt, die große Rast können wir jetzt nicht machen, weil sonst ändert ja der Tag. Ach man, ich wollte doch nur bei der Bar dann lernen, wie man spielt. Aber dass ich gleich zu einem Konzert eingeladen werde und von der Band Hobbs genommen werde, ist schon ein bisschen gemein. Naja, dann kommen wir erst mal wieder mit einem kleinen Geldgeschenk an Azurus. Das war heftig, ja. Vielleicht besser, dass ich da noch nie lange gelaufen bin. Kohle habe ich. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich empfehle, dass ich mich für die Zeit für einen Moment zu halten. Wenn wir wieder voll sind, das heißt nach einer großen Rast, dann rechnen wir den Tiefling-Dude und machen die Halbjahrnecke. Ach ja, ich bin in meinem einen Leben da unterwegs so ärgerlich, dass der jetzt wegen uns gestorben ist. Warte mal, wenn ich mich jetzt zurückporte, dann komme ich doch wieder zu den Harpien, oder? Hatte ich's gerade schon gespeichert? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es nicht wegladen, das wäre ja lame. Aber ich wette, wenn wir jetzt Lager verlassen machen, sind wir dead. Ja. Nice. Das war ja mega gut. Hat uns ja genau gar nichts gebracht. Doch, we'll live wieder. Ihr blöden Schnäpfen. Die fliegt einfach gerne. Ja, wobei. Das ist ja nicht getroffen, das ist schon peinlich. Ja, jetzt fangen sie aber alle an hier. Zwei Sub-Ufer und eine, die die Leute abwatscht. Weckescheinert, so nehm ich. So. Bist du ganz dead, oder lebst du da noch irgendwo? Ah, okay. Ja, da kommt doch kein Mensch jetzt ran. Ja, wo ist denn jetzt die andere? Ah, da unten. Das Sound-Design ist schon geil mit den wuchtigen Angriffen und so weiter. Hätten wir das gleich gemacht, würde vielleicht der Tiefling-Dude noch leben. Ei, ei, ei. Wo ist denn jetzt hier? Hap und V. Da. 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 Da kommen wir aber weiter nicht hin. Naja. Nah dran. Ich wollte schon sagen, das war jetzt so eine unnötige Aktion, aber das kann sie scheinbar zusätzlich machen. Na, ich glaube, wir enden das mal wieder. Du wirst dich treffen, richtig? Ready for another round? Du weißt nicht, irgendwie ein grünen Wurf oder so, ne? Der Titel ist schon wieder. Ihr seid komm! Ich bin doch gut. Der Titel ist mein Zeitpunkt. Na komm, der gibt's jetzt. Für den Tiefling-Dude. Mann, Mann, Mann. Ja, das ist ja passend irgendwie. Ach, natürlich für den Jokoladen. Wow, es hat sich ja wenigstens voll gelohnt. Mensch. Hätte ich gewusst, dass sie mir gleich Legendary Equipment hier lassen, dann hätte ich sie ja gleich umgebracht. Es hat sich ja auch schon mal gelohnt. Es hat sich ja auch schon mal gelohnt.